Meine Damen und Herren, ich dachte natürlich, entweder ich oder Ali fliegen vor diesem Panzer runter. Leider hat das nicht funktioniert. Ich werde gerade fast runtergefallen, Alter. Uwe, was ist los mit dir? Das ist ja nicht mehr, das ist ja schon gefährlich. Uwe, ich habe gedacht, du gibst ein bisschen mehr Gas. Also, ich muss sagen... Ja, ich habe schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass Ali ja so ein bisschen empfindlicher ist. Ich habe auch den Eindruck empfunden, als ich nach rechts guckt habe, wenn ich nach links wieder schaue, dass Ali nicht mehr drauf ist.